Hallo und willkommen zurück zu BattleBlock Theater im Multiplayer zusammen mit DeLine. Hallo! Und wir erreichen jetzt langsam einen Akt, wo du dich nicht mehr auskennst. Ja, das letzte Level hier von dem Akt kenne ich nicht. Das nächste 3 Level habe ich schon irgendwann mal gespielt, aber das ist wirklich schon ewig her. Wahrscheinlich sogar nur Multiplayer. Oh nein, hier hätte ich keinen Korb noch zu leben. Ja toll, du machst die Acker ganz kaputt. Wie soll ich denn jetzt da durchkommen? Ich hab auch geflogen. Ja, ja, aber... Ey, du hast da einen Laser, wenn du die kaputt machst. Ach so. Oh, das war mir nicht so wirklich bewusst. Laser, phaser. Ja, mit so genauem Zielen habe ich es nicht so. Wir müssen jetzt... Wir müssen... Entweder machst du das mal, komm. Du musst die gleich kriegen, alle. Wir müssen alles gleich anzeigen. Und wenn du einen berührst, verändert sich der und der daneben. Entschuldigung. Ich finde das lustig. Oh. Ich dachte, das hilft, das wird man da, aber nee. Ich glaube, warum es wirklich berührungslos hier irgendwie durchkommen. Das war ein Wohlknäuel. Aber auf der anderen Seite. Da kommt ja eh eine Wand dazwischen. Nein, nein. Ach, nee. Wir schon wieder. Nee. Kick. Ah. Der eigene Frosch hat dich zurück. Ja, er kommt wieder zurück. Kick. Daran. Dankeschön, Brot, dass ich mir wieder hoch halte. Oh oh. Autsch. Kannst du unten mehr hochfahren? Moment mal, gibt es bestimmt irgendwo einen Geheimeingang. Unten gibt es Flügel. Aber dann muss man da hochfliegen. Eigentlich, ja. Ah, ich bin tot. Da gibt es noch Flügel. Oh, weiter unten. Oh. Das ist nicht nett. Das war aber auch nicht absichtlich. Sagen sie alle. Wie ist der? Ich habe euch netterweise abgewartet. Autsch. Was geschaffen. One more. Äh, one more? Ich bin hier am Ende. Moment mal. Irgendwann mal einen vergessen wieder. Nein. Wird es mal zurück? Wollen wir mal einen vergessen? Sorry. Nicht? Wie kann ich das weil auf dem Ding stehen? Richtig nicht, nein. Frage ist nur wo, ne? Äh, vielleicht irgendwie zwischen den... Hier oben, zwischen den Laserdingern oder? Es ist eigentlich fast besser neu anzufangen, wenn man dann Situationen anders hat. Wenn wir jetzt sterben, leben wir ja irgendwo anders dann. Ich wundere mich nur, dass wir das irgendwo vergessen haben sollen. Eben, oder? Man kann es auch mit dem rechten Stig sich übrigens ein bisschen umsehen, ne? Ah. Falls du mal in eine bestimmte Richtung ein bisschen zumindest gucken willst. Auf. No, try again! Hm. Wow. Was ist jetzt drin? Oh, es gibt halt noch Flügel. Ich weiß halt nicht, ob die für irgendwie... Oder nochmal zurückfliegen. Eigentlich nicht. Ist nicht da. Ähm, wollen wir vielleicht trotzdem rausgehen, oder? Ich bin halt im Blick wieder zurückgeflogen. Ich guck dir mal zu, wie du das da irgendwie... Aber ich seh nix, was wohl irgendwie noch sein kann. Auch nix. Wir sehen gerade. Ne. Die andere Seite vielleicht? Die ist halt voll fies, dass die nicht... Äh, dachte ich mir auch gerade, die andere Seite vielleicht. Ne. Ich versteh's nicht. Ich würde es weiter weitergeben. Ähm, ja. Ich war einfach die Anzeige falsch. Ne, der hat das ja gesagt mit One More noch. Ich meine, damit ins Ziel gehen. So eine Handlung mehr noch. Easy. Easy. Ah, da geh ich jetzt ins Ziel. So, ich glaub dann nicht alles erwischt. Du schaffst es! Schnell weg von der... Was ist das? Geh'n Teil. Schau. Hey, ich wäre ins Ziel gekommen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Du weißt, was ich mit dem Ziel hätte. Jetzt muss ich mal abstürzen können. Da ja. Ja, man hat vergessen. Aber ich weiß nicht wo. Keine Ahnung, wo der sein soll. Fear is not. Viel mehr Levels mit Fliegen. Äh, ne, ne, komm mal zurück. Du ruf mich mal nach rechts. Vertrau mir. Ach, doch Bonuslevels. Das wusste ich nicht. Ich hab losgehen, dass es nach rechts geht. Ähm, aber... Also, okay. Ich hab keine Ahnung, was wir hier machen. Aber es ist... Achso, ich weiß es wieder, was man machen muss. Glaub ich. Genau. Wuuuuh. Komm hier aber nicht früher. Wie hast du das gemacht? Du musst hier ganz rechts einfach in so ein Ding reingehen. Dann fliegst du... Ah, wenn du nach rechts rückst, dann fliegst du so geil. Das ist einfach mal unten lang. Genau. Wuuuuh. Oben in der Mitte ist auch noch so... Boah, wechselt das auch so. Achtung. Oben in der Mitte ist noch welche. Warte. Wenn du jetzt... Ja, du musst auch in die Richtung drücken, sonst klappt das nicht. Goldknall brauchen wir noch. Ja, ich bin auf dem Weg. Achtung mal, ich mach hier irgendeine Notenkram. Hab's. Damit haben wir anders. Jawoll. Das ist doch wieder ein Bonus-Level, wo ich das nicht hingekriegt habe, richtig. Crember. Wo wir das ja gar nichts eingesammelt haben, sondern nur das Bonus-Level gemacht haben. Kein einzigen vorher? Nee. Okay. Ist einfach direkt das Bonus-Level. Wollen wir das normale Level nochmal machen? Nee, egal. Ja, aber wir haben das ja gar nicht gemacht, da können wir das schon nochmal versuchen. Hast ja schon recht. Also du hast mich nur direkt vom Start nach rechts geworfen, da war das Bonus-Level. Stimmt, ja. Direkt da, ja. Magst du nicht? Ja, über mich drüber. Nee, über mich drüber springen. Ah, bringe, bringe. Ich hab gute... Ich muss mit. Oder? Muss ich mit? Nee, ich hab den Goldknall schon geholt. Dann musst du jetzt zurück. Aber da oben. Wir müssen noch mit Sicherheit noch nach oben. Und da oben durch. Kannst du mal wieder auf die Brücke gehen? Auf das Brücken-Ding? Bis du mitkommst. Ja, jetzt ich kurz warten, bis die Dinger wieder da sind. Und dann komm ich rüber. Ich kann auch immer so einziehenlaufen. Uff. So. Okay, geht doch nicht. Verdammt. Da muss einer hier bleiben und der andere muss außenrum, oder was? Echt? Oh, oh. Autsch. Da muss ich jetzt mal außenrum gehen. Ja. Geh mal außenrum. Festhalten wäre gewesen. Ah, tatsächlich. Vielleicht warte ich lieber auf dem Treppchen. Nee, jetzt bist du da drüben. Jetzt musst du das machen. Aber... Kann sich aber um Stunden handeln, gell? Ich hoffe, das. Jetzt fühle ich mich unter Druck und beobachte. Das sieht jetzt immer noch so weit aus. Ich weiß nicht, aber... Wenn wir das das wegmachen, dann müssen wir doch irgendwie da rüberkommen. Wobei ich runtergehe, ist es wieder... Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Autsch. Ich denke schon. Oh, nein. Also, wir können ja doch gerne versuchen zu tauschen. Nein, aber... Aber ich meine, es ist halt blöd, dass du zugucken musstest. Aber davon abgesehen, dass es echt blöd ist, wenn man das alles so minimalis versteht. Du hast einen über dir vergessen. Mhm, das meine ich. Ich komme halt immer wieder zu dir, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, kommst du wirklich zu mir? Ja, das kann natürlich sein, ja. Ja, wenn ich jetzt vorne, dann komme ich bei dir raus. Da bin ich zu letztem Stand, stimmt. Ja. Mach jetzt... Ich gehe jetzt trotzdem mal weiter. Aber ich wüsste halt auch nicht, wo du... wo du mir dann was bringen sollst. Ah, der Knopf hier unten, das verstehe ich auch nicht. Irgendwas haben wir mit dem Knopf vielleicht nicht übersehen, irgendwie. Kann man hier was draufziehen oder so von irgendwoher? Ne, ne? Ich meine, du musst... Du bist zum Ende. Du musst dir bei dem schlafenden Viech einfach runter. Bei dem, was hier über uns in der Mitte schläft. Aber da bist du halt schon komplett rum. So, jetzt komme ich sogar zu dir. Jetzt können wir mal trauern, dann darfst du auch mal was machen. Aber dann musst du mich hier erstmal überschauen. So, riech ich jetzt mal. So. Gleiches ist auch immer gefailt. So gut. Ja, das ist nicht ganz so easy. Ich habe einfach nur versagt. An dieser Stelle. Naja. Lass mich bei der Aussage, ist das nicht ganz so easy. Ähm, vielleicht? Ja, siehste. Aha. Ja, ähm, ich schaff das irgendwann. Achst du schon. Ich habe fälztes Vertrauen eigentlich. Fälztes Vertrauen? Fälztes. Mit jemandem, der immer noch nicht ganz sicher bin, warum... ...wollen wir das... Naja. Jawoll. Jetzt bin ich schon mal sie dabei gestorben. Guck mal. Da musst du wieder helfen. Oh, Entschuldigung. Frag mich auch, warum da oben ausrufezeichen sind. Ausrufezeichen? Naja, unterhalb dieser Laserstrahl-Dinge. Weil da war vorher was. Ja. Im ersten rüberlaufen waren da Blöcke, die die Laserstrange notiert haben. So. So, jetzt kann ich den einfachen Weg nehmen. So. Das war nur ein Teleporter. Ja, aber... Da komme ich nicht runter, da komme ich nur raus. Ich war. Da ist eine andere Seite drin. Der macht's. Bam. Komm schon. Meist mal ein paar hin. Der macht den Typ nicht kaputt. Frech. Okay. Oh. Ich geh auch. Dafür kein Achievement? Oh, oh. 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 Nein. Verdammt. So, jetzt mich hier oben. Ha. So, ähm. Hä? Ich tu? Ich verstehe es nicht. Anscheinend müssen wir doch zusammenlaufen. Ich verstehe es auch nicht. Oder wir können doch jetzt irgendwie reinkutschen. Weißt du jetzt, wo ich denn wegkomme? Oder den Block irgendwie nach oben bringen. Ja, aber wie? Was steht das denn? Oh, Gott. Oh, jetzt mal wieder zusammen. Lass mal zusammenlaufen. Anscheinend ist es nicht, was wir machen wollen. War da nicht doch irgendwie hoch oder so? Nee, es ist alles fest. Was ist auch für ein Fass da? Oder was das sein soll? Das ist ein Stein, glaube ich. Ach du, das ist nur damit schwerer wird, glaube ich. Der Moment, wo ich diesen Knopf hier blockiere, verschwindet oben, oben das Ausrufezeichen, der Stein fällt nach unten und aktiviert den Knopf, damit die anderen verschwinden für das Laser-Ding. Oh, okay. Weißt du, was ich meine? Ja, gut, dass wir versucht haben, hier ein Rätsel zu lösen, was nicht vorhanden ist. Ja. Und das ich bis eben gebraucht habe, um rauszufinden, was das Rätsel zu lösen ist. Ich bin gar nicht drauf gekommen, also. 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 Ja, ich bin gar nicht drauf gekommen. Egal, jetzt haben wir das Level zumindest schon fast durch. Könnt schlimmer sein. Aua. Wir müssen nur noch rausfinden, wie wir die da oben kriegen, ne? Die anderen. Welche anderen? Die Dings, die... Ähm. Ach so, mit dem Teleporter, äh, Katzengekotzt hier. Komm mal kurz nochmal hier hoch, bitte. Oh. Frech, das ist doch noch eine Unsichtbasis. Jetzt haben wir alles. Wir müssen nur noch raus. Ah. Wetten, dass wir es in der Zeit geschafft haben? Ja, bestimmt. Weil der oben Checkpoint war mit vier Minuten dreißig. Wir haben es bestimmt in der Zeit geschafft. Also, hey, wir haben jetzt alles geklärt, oder was? Was ist zu klären? Alle Eventualitäten abgedeckt. Fuck. gut, okay. Weet die. Kirt. echte Luft auf mich, damit ich k Pride wurde. ja ja das sagen sie alle irgendwo links ja ja wenn es wieder du kannst unten langlaufen jetzt ja das machen genau das ganz ganz normal ja ja entschuldigung ich überleg bloß gerade das ist jetzt hoch nehmen mit das ding oder wir können sich jetzt da hochstellen an sich schon ganz voran versterben ja aber dann müssen wir irgendwie anders zu bringen ich hab den hut sehr schön aber ja ich bin in der toten lumi so jetzt kommt der abschluss den du auch noch nicht gemacht hast genau ab jetzt kann ich nichts mehr sehr gut finde ich nur fair gleiche bedingungen wir sind wieder hier hinten und auch immer die gleiche hinter bühne ja immer die gleiche tribüne als auch du shit moment du musst das heilen das auf dem ding landest du musst da unten mit dem sprung du musst das heilen das ist auf dem ding genau so warte mal kurz vorhin liegen lassen oder wärs nicht sinnvoller passen liegen zu lassen aber wird jetzt kurz halt weg ne Nein! Will ich nicht landen? Ich hab da wieder gelandet. Autsch! Nein! Ach Gott! Sorry! So, jetzt kann ich da hoch. Ah! Verdammt! Jetzt müsste irgendjemand von uns hier ruhen. Ich bin schon auf dem Weg! Ich komme noch nicht so weit drüber. Diese blöde Schleuderding. Brauchst du irgendwelche Riffe? Nee. Knapps! Okay. Oh scheiße. Entschuldigung. Danke. Nein! Entschuldigung. Hier gibt es irgendwo noch ein Geheimnis drunter auf jeden Fall. Weil hier ist so eine Wolke. Brauchen wir das eigentlich nicht. Versteckt einen Teleporter, oder? Hier unten ist noch einer. Ja, da muss man rausziehen. Theoretisch weiter rausziehen. Ja, wenn du da mal weg gehen würdest. Nicht irgendwie springend. Nee. Weil du kannst nicht durch dieses Ding gehen. Damit durch den Teleporter ratschen? Nein, kann ich nicht. Hä? Ah! Guck mal! Ah! Und da ist er gekommen. Aber... Gehen wir den Teleporter. Zeit ist ab! Oh, entschuldigung, ja. Ja. Verschaffen wir das eigentlich eh nicht. Da müssen wir nochmal sagen... Haben wir denn schon alle gefunden, die wir brauchen? Nein, unten ist noch... Hier. Guck mal, die wir brauchen. Reinzukommen. Ne... Reinzukommen, ja. Aber wir haben nicht... Nicht alle... Abstand. Vielleicht hätten wir ja zumindest mal gewinnen können. Das wäre ja mal ein Anfang gewesen. So. Go. Ja, aber ich muss so warten bis... Ja. Ach so. Ne, einmal muss man so machen. Ja. Why did you do that? Wow. Das ist glaube ich gerade im Korb schwerer als alleine. Ja, ich glaube auch so Sachen auf jeden Fall. Verdammt. Ja, jetzt bin ich hier... Okay. Hm. Jetzt geht da rein! Was ist denn? Ach ne... Warum willst du das Ding denn mit? Äh... Gute Frage. Nächste. Was ist das? Was sollst du das da unten machen? Am Kromptid. Näh. Näh. Näh, du musst dort zweimal aktivieren. Ja. Vielleicht geht es einfach. Ja. Wird es ruhig schon weiter gehen können? Ist ja einfach ruhig nicht gestorben, oder geht es um? Ja, aber wenn du gestorben wärst, hätte es ja nichts gebracht. Ja. Naja, absichtlich gestorben, wenn ich es weit genug geschafft hätte. Oh, sorry. Hier. Ich sprung. Ja, wir müssen hier eher entweder exakt gleich fahren, oder ähm... sehr unterschiedlich. So. Guck mal das jetzt. Rüberlaufen. Rüberlaufen. Und jetzt nicht mit. Ja. Rüberlaufen. Rüberlaufen. Würde man da nicht gemeinsam drüber. Geht nicht. Ja. Dür, Dür, Dür. So, jetzt wollte ich das Ding jetzt. Ja. Deino, da wo du stehst, habe ich das Ding hin. Genau. Da sind wir zurück. Achso, weiß nicht. Die ausschalten, genau. Einen oben hat immer noch nicht gekriegt, ne? Rechnen wir nicht? War nicht noch einer? Egal. Ich weiß nicht, welchen wir nicht gekriegt haben, der ist mir irgendwo empfang. Manche hatten da einen... Ich würde mich auch noch gut erzählen. Na gut, machen wir jetzt. Wie, lass uns runter schieben? Oh, auch in die Richtung. Ähm, wie komme ich jetzt? Da rein? Achso, ne. Ne, es geht ja jetzt nicht mehr. Stimmt. Du musst da oben das Ding ins Mal rum. Dann musst du mich jetzt viel später wieder zurückholen. Äh. Lauf erstmal weiter. Das kommt dann auch weiter. Aber wenn ich jetzt sterbe, bin ich wieder bei dir. Ah. So in die falsche Richtung. Vielleicht nicht ich sterbe. Ach, ich sterbe einfach mal. Das ist zu spät gewesen. Oh. Stell dich mal dahin jetzt. So. Boah. Boah, frech. Autsch. Eier. Das kommt jetzt kurz. Was machen wir jetzt nicht mehr? Es wird langsam in der Tat ein wenig passiert. Man kann ja fast nirgendwo mehr stehen so richtig. Ohne das man wirklich sicher ist. Ja. Einfach das Fliegen katapultieren lassen. Kommst du. Ja, ich hab's zu spät realisiert. Dann hast du die Sache wieder angeschalten. Entschuldigung. Jetzt muss ich mal da rumspüren können. Autsch. Die sind doch mal kaputt. Äh, so. Geht's auch. Wir müssen uns langsamer sichern hellen. Ja, aber nicht zu sehr. Scheiße. Ähm, ich glaub nicht, dass wir das Level nochmal schaffen. Das fürchte nicht rein. Für den. Ich dachte, es fliegt. Ja, da hinten war der Schlüssel, aber da kam noch ein Pief, was ich getressen habe. Das war unsere letzte Chance. Aber warte mal, wir haben noch 5 Sekunden. Warte mal, wir haben noch 5 Sekunden. Warte mal, wir haben noch 6 Sekunden. Warte mal. Ich hab mich irgendwie vertan. Ich hatte nur 6 Sekunden und hab mich begriffen. Egal, nochmal. Da weiß ich jetzt immer noch nicht, was das soll. Äh. Äh. Pasen. Ich dachte halt, du nimmst eine Diamanten mit, obwohl ich mich da drauf stellen muss. Du hast vollkommen recht, das hätte ich auch fliehen sollen. Aber ich hab's irgendwie nicht getan. Willst du hochbekommen? Oh verdammt, das ruht nicht genau. Damit hab ich nicht gerechnet. Die Hände Dasselung mit dem Geld. Biss, genau und müssen zur zweiten Fallen. Nech. Ja, mach das mal bitte aus. Oder so. Kannst du doch reinfliegen, oder? Ja ja, jetzt an sich. Oh, ein Hut. Ganz letztes Mal nicht. Ich muss nicht trock, achten, wo er hingeflogen ist. Zack, 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 zack. Aha! Das ist voll fies! Mit den Ecken. Und... Ach, den Hut. Sehr gut. Wir haben alle Diamanten. Guck mal hier noch ein bisschen hier oben rum. Ne, du musst schon mitkommen. Du musst auch versuchen. Ja, ich bin doch schon dabei. Aber irgendwie war ich schon immer dabei. Wow. Yay, danke. Ich hätte wahrscheinlich 10 Stunden da gestanden an der Stelle. Na, wir waren alle gleich gut. Alle gleich. Ja, ja, vollkommen schütze. Ähm, ähm. ... 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